Technische Beschreibung. Summenprüfsummenfehler des internen Steuermoduls. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt. Obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren. Grundsätzlich bedeutet dies, dass ein interner Fehler im Antriebsstrangsteuermodul PCM vorliegt. Es wurden viele PCM-Fehler bei Chrysler-Dodge-Produkten gemeldet, obwohl dies bei jedem Fahrzeug möglich ist. Bei Dodge-Chrysler-Produkten bedeutet ein P0601-Fehlercode, dass eine serielle Kommunikation im Computer mindestens sechsmal fehlgeschlagen ist. Andere Fehlercodes für interne Steuermodule umfassen. P0602-Programmierfehler des Steuermoduls P0603-Interner Steuermodul kam Fehler-Keep-A-Live-Memory P0604-Fehler im Arbeitsspeicher-RAM des internen Steuermoduls P0605-Fehler beim Nurlesespeicher-ROM des internen Steuermoduls Foto eines PCM mit abgenommener Abdeckung. Symptome Wahrscheinlich sind für den Fahrer außer dem beleuchteten Check-Engine-Light keine Symptome erkennbar. Normalerweise läuft der Motor einwandfrei, die Anzeigen funktionieren und so weiter. Ursachen Ein Code P0601 bedeutet in den meisten Fällen, dass das PCM defekt ist. Dies ist möglicherweise auf einen Kurzschluss im PCM zurückzuführen. Wenn Sie die Kabel den Stecker vom PCM trennen, während die Batterie noch angeschlossen ist, kann dies ebenfalls zu diesem Code führen. Mögliche Lösungen Bei einem P0601 OBDI-Fehler-Code besteht die häufigste Lösung darin, das PCM auszutauschen und neu zu programmieren. In einigen Fällen kann der Händler das PCM möglicherweise erneut flashen und zum Laufen bringen. Es ist jedoch mehr als wahrscheinlich, dass das PCM ersetzt und neu programmiert werden muss. Wir empfehlen, dies zu einem Händler zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass es Sternchen möglicherweise Sternchen unter Ihre Emissionsgarantie fällt. Selbst wenn Sie keine Garantie von Stoßstange zu Stoßstange oder zum Antriebsstrang haben, überprüfen Sie in Ihrem Garantieführer oder Händler, ob dies abgedeckt ist. Andere Leute haben berichtet, dass sie den Code nur gelöscht haben, damit er immer wieder zurückgegeben wird. Beachten Sie, dass die meisten Geschäfte das PCM ersetzen können, aber nicht alle es programmieren können. Quelle Dakota Foren Andere PCM-ECM-Codes P0600 P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 P0607 P0608 P0609 P0610 P0609 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 Vielen Dank.